Hallo liebe Coil-Freunde, mein Name ist Albert. Ich habe vor gut 15 Jahren mit dem Coil-Hobby begonnen und habe das ganze auf Butterfly Coils umgestellt und ich musste feststellen, dass es in Deutschland oder im Netz oder in der Literatur überhaupt keine Informationen gibt über die Butterfly Coils. Ich möchte hier meine Erfahrungen über die Butterfly Coils, über die Haltung und Pflege euch ein bisschen näher bringen. Ich habe hinter mir einen 30.000 Liter Teich, der ist besetzt mit großen Butterfly Coils und möchte auch meine Filteranlage und die Fische vorstellen in den nächsten Blogs und ich hoffe der ein oder andere wird das interessieren. Vielen Dank, schönen Abend noch.